live heissen ist halli hallo der jero was nicht du es schon funktioniert alles ja kann immer fleisch sohn ob den ton klappt ob bild klappt manchmal klang und test simul aber wenn es das schon alles am chat kein nicht zufrieden so schöne programm programm präpariert für ihr dass der kinder dem auch mehr verletze bäuer schläger oder mich auch vergisst oder funktioniert den chat net schreibe mal abs klang sei as kinder hey adams gesit dommers say something ah de pascal asto salut pascal molasto moyan alexander merci maja dann direkt mich echt froh wo sie mahaut wo könnte video chat haut erwarten im land erwarten stadt simmer kander die platz ich habe ja da kann das aber und mein text aus und das schott nicht web cam und war die extra ein kleinwandel ob gestalt für das leidmisch können gesinn erlautern für letztes bricht zu lehren ja wo was der teil wo wo was der kander die platz den alexander schreibt ich gesinnte jero aus meiner lieblings stadt michael schreibt brasilien richter alexander schreibt rio ja wie ist der strand wie ist der strand ja wie von erst war schon denke du anlexander schreibt die schönste stadt an der welt morgana salu moyan aspargo ah lo komder aber ich hatte schon angst für ganz allein danielson salu morgana moyan moyan morgana schreibt rio de janeiro richters je vais a rio rio de janeiro ah wie ist der strand vollo hunderttausende volleite macht mir zu summen hier letztes bricht lehren wie ist der strand wie viel ist dat denn alexander schreibt da das nicht copacabana also copacabana oder copacabana aber ich verstehe das für die copacabana ob alle fall wenn ich copacabana hören dann denke ich direkt um richters de bananejos als ein zwillingsbanan de bananejoe an die zwei die uns zu merken so jero mehr gehen auf rio de janeiro mehr gehen auf copacabana und da können sie das lied zangen music and passion were always the fashion at the copacabana copacabana voilà ein mann um ein dansen an lachen party mann um strand alles als genial als ich für ihn als happy so merci bananejos merci bananejoe loken der raufgohen au rei tschau moja na giselle o rio de janeiro continua lindo se meninha mais linda assim você me mata dadas de por den hafen ah ok an copacabana die assal nendrun also hai haste ist er man muss mal an einem anderen land haben wir waren hier wo waren wir wir waren zu new york wir waren an egypten wir waren zu sydney wir waren zu münchen und los immer zu rio de janeiro nonstop party carnaval an immer gut laun da das genehmig welt copacabana als wo die zweit banane merci alexander lass berri manilo excellent en idole somers den dat ich schraifte elit afferding mesur wir samim ganze levo madal mingel litz boi alexander perry bravissimu ja bueno moya sarah dan se der lohrum sei complet da fern ich um an lexion das schon ming intro as riva fern flüttel schmei klang speech gehalt also genees det op copacabana an bestellt pina colada en drink chill um strand da könnt der heimat merze so mal lexion boi schley live fu rio de janeiro ging so aus brasilien so manchmal mal um was and an d'un text is a schraff rio de janeiro guanaraba bay mat de pao de akusar a du can se jose do or else giselle bon da com mo tse me say eu an so an urgen 1 de co as level a 2 2 an lexion geht i word gesundheit an hai dat kapitel hecht oder inner kapitel hecht an der urgenz michael fischer margarida si vier vat an der urgenz urgenz as weiblicht word and das a geb an and das an position an der urgenz dan easy son deja they are already there liess da leis da leis diyalog spiel diyalog de no zu 2 bon da probare ne japan da wirst scho no ma problem am ton me da kreida diyalog lo en k a 4 gespilt ne ist rien geplatzt explosé blind darmentzündung appendix gebra da das de partie passe für brischen to break brisé a verstaut se avoir un entorce ok ou fouler an dono musst gut lauschtere mach ma die sex foto an du musst da den text bei foto ersetzen an in den drinnen musst da auch nach schreiben wie von den sechs hat die ambulanz geholt hier an spidol also lauscht dat gut no passt gut op das ist 156 de mensch mikro aus bimol weret hier immens schlecht und dun hört hier man d'ambulanz geruf es hoffen hier blind damas net geplatzt min schicht hat ein bisschen ernicht aufgefangen eine Frau hat sich kachend Wasser über die hand geschaut verbrennung vom zweiten grad das nicht wie ja ein neus hause an damit ist stund an ein restaurant geruf du hat die kach sich mal messer berlin stück vom fanger ruf geschnitten die kard lo mal eine zeit lang me äh hank nere patient wo hast du hän ageliefert ja hän hast du hem treppen ruf gefall glücklicherweise hat hier sein handy an der tisch für eine ambulanz zu rufen sein faus ist bestimmt gebracht das tut die mens schlecht aus gesehn et weiss nie fleisch dass sie noch schuss verst verstaucht me bon mi hunde fäll juh d' glück fährt für haut nach relativ froh es du hummer des woche schon ganz ähne sache gesehn du sehset so ich muss nur nach rezeption gehen paar bäuer raus fällen mäng schicht als vader haut waren is viel loss lots of action today beaucoup d'action aujourd'hui peu moll am as a plusieurs fois qu'on a du sortir several times we had to move out also mat ambulans schoffen et war nicht se viel schlemmes nothing too bad rien trop grave dar bei donc parmi tous ces accidents amongst all these accidents die frage hat en blind darm en sundung upon die blind darm net geplatzt as that it didn't explode my shift with an is to go fang started differently to had a phrasis kache was over tante shot shot that does verb shot done so she pulled some boiling water over her hand elle versée de l'eau bouillante sur sa main ver brun 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 le vom zweite grad dat it way this hurts save mal i susan rest roger roof to had the kars is mom mess belle stick vom fanger roof geschnitten das verb schneiden coupé to cut an roof schneiden c komplett coupé so cut off me almost bala me he see da wa di karte lo mo lang zang zeit lang nais me he cut nara pati tust tu hier n agel wad c'est toi qui l'a transporté did you transport him in here he fell down the stairs he fell down the escalier he had his hand on the tash greg l'ambulance ruff sa faus as best brach son pied certain brisé broken foot certainly that had immense schlecht out gese it looked really bad et we se nie fleisch d'asse noch juste verstaut peut-être que c'est seulement une entorse maybe it's not broken mais bon mi hund der fellio a poe den dag egelik fahret vi haut noch relativ rau es s'ete plus tranquille aujourd'hui tu m'a das vorschau ganz an sache gese tu seset bien di tu le di bien well said so j'mous an réception go par bayern ausfüllen remplir des papiers mein geschicht as to how the river it's over for now so it is a wonderful text word in froh hey adams as the stream foot the stream is healthy scheint aber zu go moe roby also tut keneng froh ok walk in forward da geht weiter mal dem nächsten excesses cook photo what und light schraif the rich j's and at illustration do the 6 illustration an high hood the title do bay moe dar bay as the salvage video bay tip top way also jenot be gebracht se tan verbrannt se de blind darm entzünd hat hoed he sht fevo jenot zen way jenot sich an de fanger geschn nidem und da muss da lo den text dabeisetzen also 1 ass nanana 2 ass that and that ja wat schreift michel de corona as nach net kom richte du wat nach mir räusch Lars Wolf rät der fell jo a poor dish so we had several of these cases during several days der fell also wir hatten der fell was beschreibt ich schon mal wenn er sich bebröscht oder verstärkt somebody breaks the leg so that that's something typical they have that usually several times a day jo put in der fell kachend was dat geht kachend was dat könnte wahrscheinlich vom verb kochen ja und das sei als adjektiv kachend was ich hätte recht gesagt kachend was mit kachend was das so man tatsächlich ja das sei ein adjektiv könnt wahrscheinlich vom verb kochen naja wie schreift mal da lo heute bei wat für text könnt bei bild ein wat für bei bild zwei ans weiter feier sie sind gebrannt sie wird hand verbrannt they didn't burn her hand sie wird hand verbrannt she has her hand she has a burned hand so they probably did that on purpose for the book is probable for le livre allez mar buster glied des was and a man j photo excellent i know it's not funny can i say at the copa 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 20 Leute gucke me das ist super viel muss merci ja also stiano will schreife bei 1 2 3 5 6 ne es hat zu schwer gesehen hat den text nicht dass es klang soll ich mich groß machen das ist schon zu groß hat gesehen hat die foto nicht mit der nummer hat wird heißt favor ja zwei hinwärts ist der fange hinwärts an der fange geschnitten ja fange an nicht fange ein fange drei fange dass selbe ja mithil dame alle moyen iver wer will nach drei feier von sechs schreiber ja sieht jetzt ist mein messer an der fange geschnitten michelle hier nur 10 richtig 10 ja lach soll die blind arm das der von der blind darm entzünd ja nach der letzte der sechs lacht ich brauche nicht mehr schaffen zu gehen die nummer sechs wird schrauben beim sechs ja olga der fange geschnitte für den zwei sechs in b gebraucht richtig los lez lesen et de copa 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 cabana guckt foto wat und light schreibt die richtige satse Wie von denen sechs haben wir die Ambulanz ans Spiegel gefordert? Wer hat die Ambulanz zu gehen, um das Hospital zu gehen? Wer hat die Ambulanz zu gehen? Al Hôpital, Rio de Janeiro. Für die, die mich spät kommen, ich weiß nicht, wir sind heute zu Rio de Janeiro. Und da hat der Bürgermeister von Rio eine riesige Leinwand abgerichtet. Und voilà. Gleich gucken hier zu Rio mein Video Chat live. Perfekt. Also, da gehen wir zurück an mein Dokument. Blinddarm, Appendix. La, 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 la. So, LOD.lu. Ja, schreibt, schreibt, käme, fad, äh, äh, wer in die Ambulanz geholt hat die Frau hat die Blinddarmentzündung, hat sie in die Ambulanz geholt ok, aber wer nach? who else? well, he said, he der, der sich in die Fangen geschnitten hat ich weiß nicht, ob er die Lesung hat also sind 2 Uhr in die Ambulanz geholt der, der sich in die Fangen geschnitten hat die Faya, die Tand verbrannt wird die Feneff, sie hat die Blinddarmentzündung an der 6, in die B gebracht die haben die Ambulanz geholt voilà, das war die Lesung äh, ja, ich schreibe erst Blinddarment an der Urgence ja ich weiß in dem ein tolles Gehortrecht 2 Feneff 6, ja, das ist just ein ein, dann ein Dreinert ja, merci Olga du hast die Lesung die haben gepräparet, ja, wie Olga? ich bin ein Privatprofessor la, 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 la ja, das ist ein L-O-D Blinddarment also, Appendice de l'intestin und am Englischen Appendix to have Appendicitis das ist die Krankheit Portugiesischen Appendice tsch 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 oh, wie auch moi n'ai dat t roma appendicite bon voilà, c'est très pénible j'imagine Blinddarment Portugiesischen Appendicite und am dann hat er das verstaucht die da 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 verstauchen verstauchen du haset verstauchen also, am Franzischen asked that se folie quelque chose se luxe quelque chose une articulation am 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 anglischen asked that to spray in something and am Portugiesischen asked that to say alguma kuss haluk haluk bon der michael schreift verneuf no fair war das beim verneuf net fair also schmammel heure meine alo de mich lang vielleicht brauchen wir hier noch de verneuf süd Blinddarment sind ja aber das geht schrecklich für ja das soll die Matambul an spital gefahren oder an klinik hatte ich ja strömmes gebürde lach soll schreift alexandre du es recht du bist recht du es recht ja alexandre mit corona müssen sie ganz neit buch machen das ist so bueno also können da dann das komplett teire mit wei verstärkt gebraucht entzünd verbrannt vergleich du nur mit ihren operen und hauenst du sie viel mäßlich kete mäßlich zum beispiel jene entzünd oder jene da wei aber am 2 was schreibt er beim 2 mich nicht verbrannt privaten prof für tolga ja mit tolga hat getz viel mehr an hat der f dat das tipptopp merci olga so wat schreibt am an hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zing vertraut er dann du den 2 sie wird den arm gebracht alle nach 1 so sitzt mal ewig 3 hat wird de die die hat wird den arm gebrochen alex andere gebraucht du musst den werben leeren an den 3 hat wird der bauch we richtig also gucken mal ist lesungen nun es 64 moyen kaisi an len die da da also hinuit da in zünd oder we sie hat den arm gebracht doch ist das ein a also als h hinuit dem we verbrand hat wird der bauch we hinuit der blindarm entzünd sie hat der fos gebracht verstärkt we verbrand hat wird gesicht verbrand sie hat die kappe we hinuit die knie verstärkt we oder verbrand sie hat der rick we oder verbrand hat wird zähn we oder entzünd richter film als merci wo den eng froh do you have a question oh je voilà qu'est que je vois tools show height so hast du mich schön proper gebracht bo also so best mich roos machen können da dora wer am handy lesen dat sind die verschillende meisjes kid die dat do hoot hat kon hat wird de bel verbrand dat geht oha van het zelaar om rick luch an son het de bar verbrand veel meisjes kid merci dat fahre dan lesung en dan komen we terug an ons basis buch en wat kon dan als nėkst nummer venev laus dat dialoga liest zets zets dat dat de plurel van zets as het rick is ou fals kreizt un en dan ho de audio dat van 17 a 5 16 en dan ho de hai 1 2 3 4 zets en dan ho klikken as dat rick is oder as dat fals es lesen e dänkje vier dem pol zet fausas gebracht disabelle ho kap wei monique ho sonnebrand op de schuller pascal ho zet viel gees do fuit hat de bauch wei also sonnebrand zet kut soleil sunburn a schuller dan konzentriere des das spiel nischlo de nummero 157 e momentchen lauschtat dialoga liest zets as dat rick tisch oder fals kreizt un e end a wad as dier da gescheed pol as sin trepen rauf gefall as de be gebrauch nee e glick as de faus nimmer verstaucht me es muus awa zwo woche mat kretsch goen zwe zon hus du eng aspirin dabei nee jack et dit mal et a schuh dre oh dat det so weh wat hörst du dan ma es war zu lang an der son an lo ho nicht chillere verbrannt ma monik ich hör dir doch gesult du sollst dich gut accremen feia ich hör den ganzen dag der bauch schon so weh hörst du etwas schlecht des ge es schmeng net det heise weh oh pascal du wärts den blind darm entzünd hun geim leivah direkt bei den doktor liest a lauscht dat doktor 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 machen ja schreibt manche antworten dann alexander schreift depol falsch disabelle falsch monik richtig pascal falsch olga falsch falsch 3 richtig feier falsch maja dann checken wir mal mit der lesung das ist die nummer offen auf den pols auf haus als gebrauch falsch disabelle hat der kopf falsch monik hörte sonne brand auf der schelle und das ist die nächste richtung an pascal hört zu viel gehst du für tat der bauch falsch richtig war merci ja so funktionierter audio test wird gut matt gemacht fest dass ihr der könnte text auch ganz lesen an zwar als transkription seite 184 dann das nummer 157 war ja morgana soll ich erst nach ein keer vier spiele bilder nach ein keer leuchten alle leuchten mal ein bisschen schön ob namen leuchten dialoger liest zets als dat richtisch oder falsch kreizt un eint a weder stierder gescheit pol ma ist in treppen aufgefoll aß del b gebrauch nee eg leg als de faust nummer verstaut me ich muss aber zwei wochen mit kretschen goen leuchten dialoger liest zets als dat richtisch oder falsch kreizt un eint a weder stierder gescheit pol ma ist in treppen aufgefoll aß del b gebrauch nee eg leg als de faust nummer verstaut me ich muss aber zwei wochen mit kretschen goen zwe so, haust du ein aspirin dabei? nee, jac, et det mal leet a schuhkeng wat aß der lass a schoen immens de kapwey ich kann mich nicht op ming abicht konzentrieren da wacht, ech gint disabell moll frohen vleischt hurt hat eb ees gint ei kapwey 3 o, dat deet ee so wey wat hörst du dan? ma aßch wird zu lang an der son a ne luchun isch tschellere verbrannt ma monik, ech hund dir doch gesult du sollst dich gut akremen 4 ech hund de ganzen dag de bauch schon so wey huerst du eb ees schlechtes gies? a schmengenet, et deet hei so wey oh, pascal, du wärts de blinddarm entzünd hun geimulei wa direkt bei den doktor liest tipptopp hundirn eng froh du war ee wut er dat kan dan ach, warschainlich ned aah, aah, misere, wey sind zu weyder aufgegen sorry wieder dronken an isch och aah, dat war hei, ja ich muss aber zwei wochen mit kretschen gehen kretschen sind die beckie so there's a sticks you need to walk an hei hat johannastrach akremen dat is you have to put cream lots of cream on your skin tu dois mettre beaucoup de pomade beaucoup de creme sur ta peau akremen as to sing froh vokabel wurtverdannet verstarren hud naja, ich mein, dat war relativ, äh, kloa das ist immer um dasselbe statt zu frohen laxol verstärkt exzellent froh dat weiß nicht direkt hei am lod verstärken also ob fransäisch se fulé quelque chose se luxé quelque chose an am englischen to sprain something so it's not broken das ist nicht mehr verstärkt sunblock ja eklig aus neustgeschichte glücklicherweise ja da das dasselbe crutches merci michel ja ja providabel und da kommen wir zurück bei eis lexion und du warst du blieb seit 14 oder schon 115 da hat mal gemacht davon mal gemacht da bleibt lohnach macht tübung am zusatz material und du nur noch ein exerzis für tausspruch zu trainieren tübung am zusatz material da gucken ich mal da und du hast lesung schon sorry da da tun wir gemacht kommen malo hai da sind und ihr müsst biller richtig ausfüllen also ihr hört 2 siehurt 3 das him feuer siehurt da schreibt hat wohl fällt etwas nach 5 6 7 8 9 an 10 ja probiert mal die erste feier gucken ob das klappt aber so lange dauert dann manch direkt lesung der tors aber mega einfachen exerzis ja hier nicht der kopf wei richter und dann 2 ja lach soll alexander michael tut recht dann alexander siehurt den henna oder direkt wei bei den henna als bisse mirofe den henna als hei hei ging es echt dass er direkt wei und dann den drei was schrauben wir beim drei das him nee nee nicht alle ähm if you have to throw up sie von der wei von mir wie seh denn da noch plötzlich das him ja michael das him schlecht der feier sie hat den arm gebracht richtig olga richtig den drei ja olga de cup eva de cup de rick de bauch denn da steht ja schon das him und dann das him schlecht können aber auch so nicht die bauch was tun wir noch als nächstes 5 6 7 8 was schrauben du du w lass doch mal ja nicht die bauch feinete movie stomach pain ja das him schlecht kajan hier hast du throw up hier hast du puke das ihm schlecht ja olga die feier ah rot ja mehr ich ja nee schwindel ist er das acht alexander also er wird sein a entzünd der menschen sei gemengt sein a entzünd an oder sein a w jedoch und dann die sechs vertritt hat hat sie wird der rick verbrennt perfekt ein a ein a zünd und dann die sieben an den acht was schreibst du sieben acht feiver feiverisch also das hier feiverisch ja verwandert verwandert die sieben die sieben das ihm er erinnert er michael hat feiver das war nicht bild vielleicht nicht so gut du siehst zitterer bewegungen du vergängst so das hier karl all right ja veracht nichts was schreibst du keine idee olga sonnebrand ja rote flecken am äh gesicht etwas ihm erinnert erinnert mir erinnert wo er etwas äh schwindelisch ah das schwindelisch ja sie rote platzen oder rote flecken am gesicht plurielle rote flecken sind da viel verdrunk das geht es nicht ich weiß das erinnert zu viel gedrunk he drank too much mein verdrunk das soll man nicht sie hat rote platzen am gesicht äh oder sie hat ein eczema oder sie hat äh 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 schlag so mehr auch äh 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 Ja, ihr habt das Füße verbrandet. Maja, dann checken wir mal die Lesung. Also, das ist der 15. Merci, dass ihr so gut mitgebracht habt. Ihr habt den Kopfweh, das ist der Rückweh, das ist ihm schlecht, das ist ihm arm gebracht. Sein A ist entzündet, das ist der Sonnebrand, das ist kahl, das ist ihm drunken. Sie hat einen Ausschlag, du hast einen Espass, einen Ausschlag, Eczema, unheilend Face verbrannt. A rash, yes, exactly. Bambuleo, Bambuleo. Also, bei so viel Müziersprache, ich brauche ein bisschen gute Laune. Ah, ah, es ist gut warm, zu Rio de Janeiro. Alle, wem das Bessel, hi, ob der 2, du hast Copacabana. Her name was Lola, she was a showgirl. Nee, hey, alles. Wie war der Refrain, schon mal? Music and passion were always the fashion. At the Copa, Copacabana. Brillante. Barry Manilow. Brillante. Den anderen de Claude François, den er doch schein'n Lied gesangt. Je vais a Rio, Rio de Janeiro. Party, good Laune, schein' wir da, Strand, Plage, alles relax. Da sitze man hei zu Lützbüsch, mit dem blöden Coronavirus. Katastrophe. Ah, boah, banane aus. Bei dir sitze ich zu Lützbüsch, ich sitze ich zu Rio. Mein ne, das sitze ich doch nicht all zu Lützbüsch, he. Sind ja ja in Amerika, gestehrt schon ein Schüler in dieser Spur, nicht. Michel Schreif, tous musikanskär, natürlich. Aber nur gute Musik, nur gute Musik. Nur party Musik. Dance. Boogie Wonderland. Bueno, also, muito bom, oma, amt'sauzatismatéhal. Ah, na kunten exercizmata aus, spruch, prononcatsiao. La prononciation. Und urticar. Oh, merci Sarah, das wurde nicht gekannt. Ach, kalt, ja. Michel Lärte. Ja, hei es, äh, wüschtest, dass es in drei verschiedenen Diphtongen, EI, AI, an, EI. Und die meisten Leute, die so ein, oh, du hast kein Önnerstädchen, EI, an, EI, dach, auch am Französchen, LAI, EI, EI, DE LAI. Das sind verschiedene Sounden, verschiedene Diphtongen. Und du, da, hei, dann die drei Reihen, dann lauschtere mal die, an, du, nou, ma, ein, absolute Schädoeuvre, von, äh, ganz, grosse Künstlerin, der Madame Elinger. Dann lauschtere mal den, hundert, enasieschzisch, lalalala, lalala, also, da gynne ich lo, hei, den Ton ausmachen, Black Audio. Liest, Läut, Läuter, bereuen, schneider, teuer, gleichfalls, bereich, mein, dreizehn, scheizen, liest, a lauschtere, so, also, oder, hei, breif, mäßlichke, treinen, tourner, to turn, begehenen, to meet, rencontrer, organiseren, und dann, light, people, les gens, leider, malheureusement, bereien, to regret, regretter, schneider, c'est le métier, le tailleur, qui, the tailor, qui fait des vêtements, deuer, sehr expensive, gleichfalls, bereich, domain, mein, dreizehn, scheizen, to, shout, shout, krié, maja, wat schraufde maudan heisheins, alexandre, ha ha ha, mi und ich erwischt, du es dich verroden, du pass auch zu Lützebüsch, ja, also, wie soll ich zu Lützebüsch sehen, hallo, wann ich hei, live, äh, zu Rio de Janeiro sind, und das gesagt, das ist aber der Beweis, ha, ich sieh live zu Rio de Janeiro, wat brauchst du nach für Beweis, what more can I, just take a live cam, guck mal der live cam, Copacabana, kannst du gucken, der sieht nicht mehr schon los, der sieht nicht mehr schon los, mit der kann doch auf Rio de Kommen, oder, wenn du flott Platz wirst, schenkt mir das Foto, dann, geh mal du inna, if you know a nice place, send me the picture, and we go there, so, allderem zurück bei dem super interessanten Text, ja, ich hab's falsches geklickt, der macht mich ganz, also webcam, und dann raus, ja, also, da hat verstanden, das sind verschiedene Sounds, ey, 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 das ist wichtig, dass ich da, ey, aus mir lang, wie ey, ja, ich überdreibe, nur besser, äh, äh, ne, äh, Tigran, das könnte auch nicht da selbst geschwäht, ey, 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 that's a different sound, europenglisch, richtig, ja, und da können wir den Text von der Madame Elinger, und da sind extra aus, schwätzkeblech, schwätzkeblech, das ist ein interessanten Ausdruck, äh, den benutzen wir am lützebäuerischen Film, es ist so ein, don't, äh, talk, äh, bullshit, ne raconte pas des histoires, ne raconte pas n'importe quoi, schwätzkeblech, only say serious things, schwätzkeblech, äh, 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 meilang, wie äh, ein schmink, äh, 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 ja, äh, äh, wie der Tigran, wie, äh, good boy, das geht tatsächlich, selbst ausgeschrieben, wie, äh, don't talk shit, ah, you say, don't talk shit, mich, äh, das weiß ich nicht, äh, gebäude, äh, mit der, äh, äh, gebäude, winst, ähm, deutsche gebäude, ich hoffe mal, nicht, dass da der Mann der Neue Schreifer ist geändert, tun, my name is Lola, lalalala, ne, als er mal mehr so, äh, gebäude, mit AI, äh, deutsche gebäude, äh, äh, so, wie er da geht dann nicht ganz viel, unless they change it, who knows, maja, da probäät lommol, äh, das ist ein Text zu verstehen, äh, sie möchtet eine juxtaposition von den Evierda, sie gleichen sich, mais sie sind nicht selvis, they almost sound the same, but they're not, they don't have the same meaning, äh, donc, ils ont, ils sonnen presque identik, mais ils ont pas la même signification, maja, ne, äh, äh, et frit me schreift, Michel, merci, da das Leif, also, äh, liest an Laustadt Gedicht vom Christian Elinger, in AI as dach kein AI, wei bring den dir dat bei, in AI as dach kein AI, geseis de gleich alai, guck, eins könnt nit von Eisen, de Preis nit von de Preisen, eng bei, die kann nit beißen, pa beiar, liest sich zerreißen, in AI as dach kein AI, beweisen isch dir hai, in AI as dach kein AI, nu guff da endlich mei, eng scheuer, eng scheuer, as kein scheuer, mei freuer, drinkt kei beia, ich steuer, steht beim Weiher, mein Haus deuer, kas steuer, verweesse lo nie mei, den AI, den AI, den AI, des leia, sief eng leia, an das dach guernit schweuer, liest a lau, super, muss er verstarben, will der eng übersetzung, ice, la glasse, the ice, könnt nit von Eisen, Eisen c'est le fer, iron, de Preis nit von de Preisen, de Preis, c'est le prix, de price, a preisen c'est un autre mot, pour dire les allemands, so the price doesn't come, from the germans, preisen is another word for germans, eng bei, die kannet beisen, eng bei, c'est une abeille, a bee, elle ne peut pas mordre, she cannot bite, pabeia laisse sich zerreisen, pabeia c'est du papier, on peut le déchirer, you can tear it apart, an AI a start kein AI, beweisen esch der AI, je te montre, démontre, I prove you, an AI a start kein AI, new gufta endlich me, new gufta endlich me, make an effort, vas-y, fais an effort, eng shaya, ask eng shaya, shaya, c'est une ferme, a shaya, ça c'est des ciseaux, so scissors, my fraya drink kebeia, my fraya, ça c'est mon compagnon, mon petit ami, my boyfriend, il ne boit pas de bière, stay, stay, c'est un taureau, a bull, a vaya, c'est un étang, on dit comme ça en français, allez, vaya, bah, weismo, vaya, ziri, vers, divasetzung für vaya, divasetzung für vaya, as pond, a pond, en franzaisisch, das ist ein étang, voilà, c'est un peu d'eau, c'est pas ein lac, c'est beaucoup plus petit qu'un lac, so, amenn, haust der Kastaya, vervieselon nie mehr den E, den A an den E, des leia, sie heeft eng leia, an das doch können ich schweia, des leia, wat heißt leia, ob englisch, siri, kannst du als leia, ihr versetzen, ja, in rongen, apropos recurrent, und in englisch, same old story, it's the same old, same old situation, also, this leia, sie heeft eng leia, an das doch können ich schweia, it's not difficult at all, super text, merci, christian ehlinger, schwätzke, blâsch, would en engfro, would en engfro, nee, an das steht halt rei, liest gedicht, a poor mole hard fear, so repeat it with a loud voice, repete avec une voix fort, so you can express yourself, an dem war feiert, das ist noch interessant, sich na einer wird er mit ei, 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 an ei, er macht eng lust, ja, könnt ihr mir fleisch, ein antwort proposeren, könnt ihr mir, wann ich gliff, wann ich gliff, nach, Anna, wird er proposeren, blâsch, ja, Alexandre, in this case, it means blödsinn, schwätzke, blödsinn, schwätzke, blâsch, wird er, mit er, mit zwei er wird er, das, words, don't come easy, an wir da, mit just engfro, er, la meteo, the weather, it's raining, bananen, it's raining, bananen, woast, ja, bananen, Alexandre schreibt, ei, wie, meelehren, ei, Dubai, merci Tigran, alle nach, ei, woord, op ei, 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 wie, wie, ist, und dann können wir Party machen, die Bananen Jules und die Bananen Jupp, die halten das schon nicht mehr aus, die wollen endlich auf Copacabana Party machen, ei, ein sauer Ei, ja, in Wascherie, all right, alleluja, aspargo, mein, dein, ja, und dann das Wichter, das Wicht, was alle Zubäuer seht, ich habe keine Zeit, oder, scheiß, merd, shit, Olga, ey, wei, 6, feier, case, bravo, dat, 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 war het, dan, halt, met dem, megabuch, met der, super, lexion, an, lo, geedet, nix keer, weiter, könnt ihr präpareren, dat, dat, zeiten, 117, an, zeiten, 117, die, 117, 117, die, ma, dan, äh, mindest, 127, an, abdikt, dat, 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 an, abdikt, an, wat, man, ah, de, wel, ho, man, jo, schon, enke, trainert, an, don, an, da, heil, ausstreuen, als, trisch, we, seht dat, who, says, this, the, client, or, sales, salesperson, an, da, könnt ihr, en, dialog, präpareren, an, en, at the drugstore, how do you say, abdikt, in english, those in pharmacy and dialog, essay two, voilà, also, not field xk, 117, 117, 117, heil, van der, präpareren, tu heim, dat, 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 positiv, el, da, com, de, hi, on, cuur, an, de, vesna, shor, vader, biest, zoken, so, maybe it's a little bit more boring, but at least, you know, you prepared it a bit, so it's a repetition. Si vous préparez à la maison et vous venez ici au cours, vous faites déjà, en fait, une révision, parce que vous l'avez déjà vu une première fois. Merci, Olga, Isa, einfach, schreift, schreift, ja, kreien as a, drugstore pharmacy. Merci, Michel. Ah, wat voulj esch nachweisen? Ja, esch kann esch natierlesch, nach, pu exerci saweisen, für diemte traineere. Wo sind dann die Exerciste, wo ne stetgeschrieben? Wo, 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 wo? Wo bist du? Da. Exerciste.lu, ah, ja, man hat Exerciste.lu, du, un jour, lo, en nouvel, für ierst, muss der opasser, aller, zureck, aus Brasilien, an de program. Due to maintenance work, learning apps will not be available from the fufzechten bis die siechste, denn, zon, a cause, der traur bei der maintenance sieht learning apps das rapat disponibel du kannst du es so lebt schon ein für texas ist am atter gesundheit und ich noch zum beispiel das ist ein exerziss für es noch mal die schon enkel gemacht der körper sich nicht in high and the chat also die kippe an der klick da do drop an der lüde halt msg-kette das todator da war also da war das da da war das da da als auch mehr lang wie afro ball oder nette testen da kann ich doch nicht so wir wissen die Bälle von schweifeln an der Abwunse der Sound bis Kanz dazwetzen die Misere so first exaggerate then after a while you can say it faster der Bordy für exagere ein paar präzünder rapidement mein dein wo also dass die körper das wollte ich weißen und da könnte ich noch etwas ähnlich das weißen auch wenn man da gesundheit zu den hütt und zwar hat ich da doch präpariert und schade ganz vergangen zu gehen da das ist mp3 broschüre mp3 broschüre die man mit der gemengen ausgeschafft an das die körper ans gesicht und du könntest dann auch trainieren den arm da muss oder das den a db dass die kappe sind dass buchstaben die dabei passen und das auch männlich weiblich sächlich und du mit verb wäscher und da könnt ihr heute mit beispiel trainieren aber so ein ikon aus der tisch der herde doch der krieg durch dem p3 datei gratis das thema gesundheit und oder die kvc dauerwehr und die baufe und direkt für ihren krank sind die gesund sind an oder oberen a b c d e f an der könnte da du dabei setzen die körper sind bei uns und so weiter anheimen verwehen aber auch mal to be in pain schon die körper und nicht die körper zu sein werden so weiter dass mp3 da ist mp3 lektion von der gemengelte brosch bueno dann würde ich froh alexander bärl wirst es k bärl war das bärl verstehe nicht lohnt und dann macht ja von von roger mit ihr da mit dachse so online lektionen meyer datum er al dach madame weisen sich statt so also von daheim ob manche punkt der luke dass man internet zeit so gesehen da du könnt ihr klicken da kommt dort die video chat und haja suchte video chat haja ich muss klicken für die mp3 broschür die ich habe gerade gewissen und in geste link ich könnte heute lichter mp3 gratis also das pdf und das sind deutsches dateien und schrift das gratis ja da gucken wir mal um in video chatte also video chat für lützburg zu lehren alder oder muss ich andere das liga uhr gut dass ich gut gegangen sie mp3 froh madame oder mp3 martin also haja weil er das in alming video chat und du könnt ihr das dann alles nach ein kino gucken also momenten 60 an der urgenz denn als live an 20 leute gucken dat und dann also dann den archiv geste war mal zu münchen für geste zu sydney hei war man egypten du war am wembley stadium an hei war mal zu new york also ich sind ob welt tournee gell überall würde leite letzte wo ich lehren das fantastisch als also nun mal 60 an der könnte dann bis bei lalalala 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 bis beide bis beide bis beide du du hast den end dem motto du gefangen für den enden moment schon 700 wohl geguckt gehen wow vielmals messen das alles high ob mich im youtube kanal luxtiko so ist nach ein froh die leute morgana schreibt vielmals messi das gerne geschieht ja ich gehe ins rege an copacobana an der mann schreiber in web kam und das wird für ihn gesagt hei na renka ja die leute winken rio de janeiro fantastisch alles super schweb der schweb menschen party nonstop immer dansen als so man zume man mann war some an den bananen schub und stop party ja das war schon alles was sie muss messi um in ans von 60 jauern dann als niveau b2 ok manche rtl aktualität radio 100,7 ich habe es vor allem auch schon tags analyse ich hoffe der beste gefahr so nicht vielmals merci oder so der java wie geht das schon so kompliziert Und wenn es das match in Tone jetzt ist, ja, in Tone? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.